Herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Ihr seht, ich habe meinen Fuhrpark erweitert und habe gedacht, ich stelle euch dieses Gerät heute mal vor. Viel Spaß! Mein Fuhrpark habe ich erweitert und habe gedacht, ich drehe ein Video, denn der ein oder andere kennt dieses Gerät vielleicht oder ist am Überlegen, sich so ein Gerät auszuleihen. Doch was macht das Gerät genau? Das macht genau das gleiche wie dieses coole Werkzeug, das ist von Rasenspecht ein Erifizierer, ein Handerifizierer und jeder, der es schon mal von Hand erifiziert hat, weiß wie mühselig es ist, vor allem wenn man 300 Quadratmeter hat oder sogar noch mehr. Für kleine Flächen so ein Handerifizierer sehr gut, kann man prinzipiell immer empfehlen, weil es gibt natürlich auch Bereiche, wo eine Maschine nicht hinkommt. Und ich habe mir gedacht, ich will jetzt regelmäßig erifizieren. Erifizieren ist mega wichtig, nicht nur mit Holzbund, sondern auch mit Holzbund, um einfach Luft in den Boden rein zu bekommen und ich will auch mit Holzbund regelmäßig erifizieren und sanden, damit ich einfach einen Bodenaustausch bekomme. Und dann habe ich mir gedacht, ich leih mir mal so eine Maschine aus und erifiziere dann drüber. Solche Maschinen kann man sich ausleihen. Das ist ein Erifizierer, die kann man sich ausleihen. Firma Böhl zum Beispiel kostet am Tag um die 100 Euro, ganz grob. Und dann habe ich gedacht, okay, ich leih mir so ein Gerät aus. Allerdings will ich sehr häufiger machen. Ich will es ja nicht nur einmal machen. Ich will es mindestens im Frühjahr und im Herbst mit Holzbunds erifizieren und unterm Jahr natürlich auch mit Holzbunds. Und da habe ich das Problem. Der nächste Böhl ist bei uns ganz grob, sage ich mal 40, 45 Kilometer weg und jedes Mal 100 Euro auszugeben bzw. 200. Ich brauche es ja dann zwei Tage hin und her fahren. Ist schwierig, muss immer einen Hänger ausleihen. Lieferung ist zu teuer. Deswegen habe ich es mir lang durchgerechnet und überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir so ein Gerät kaufe. Und genau das möchte ich euch mal vorstellen, denn der ein oder andere hat sich vielleicht auch schon mal überlegt, so ein Gerät auszuleihen und fragt sich vielleicht, wie funktioniert es, wie gut funktioniert es und macht es überhaupt Sinn bei einer großen kleinen Flächen wie wo war es. Und aus dem Grund drehen wir heute das Video. Für alle, die nicht wissen, was erifizieren bedeutet. Wir haben da schon separate Videos gedreht, die blenden wir euch oben ein, da vielleicht mal reinschauen. Da findet ihr alles rund um Erifizieren. Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Es gibt zwei unterschiedliche, also es gibt eigentlich mehr, aber bei dem Gerät, bei dieser Maschine sind zwei unterschiedliche dabei. Das einmal ein Vollspoon und einmal ein Holzpoon. Der Unterschied ist, hier ist ein Vollmaterial, hier wird keine Erde, kein Material abgetragen und hier sticht man sozusagen ein Loch raus und hier oben fällt dann der Chor raus. Der Unterschied ist, beim Vollspoon möchte man, ist eigentlich das Ziel Luft reinzubringen, ein Gasaustausch stattfinden zu lassen, damit der Rasen beziehungsweise die Wurzeln wieder richtig atmen können und auch die Bodenbakterien besser funktionieren. Und das ist einfach mega wichtig. Luft ist sehr wichtig. Weitere Dinge sind natürlich bessere Nährstoffaufnahme, bessere Wasserableitungen und und und. Wie gesagt, haben wir ein separates Video. Beim Holzbunnen ist es so, dass man praktisch einen Bodenaustausch vornehmen möchte. Bedeutet, wenn ich einen sehr stark lehmhaltigen Boden habe, dann steche ich da ein Chor raus und der wird später mit Sand befüllt, verfüllt und dadurch habe ich einfach auch einen lockeren Boden und habe somit auch wieder mehr Wasseraufnahme beziehungsweise ich habe mehr Mittelporen und die Mittelporen sind auch sehr wichtig, weil die sind wiederum der Wasserträger bzw. Wasserspeicher für die Pflanze. Ja, soviel mal ganz grob. Wie gesagt, gibt ein Handerifizierer und gibt natürlich solche Geräte, dann gibt es natürlich auch noch sehr große Geräte, Profibereich, Sportplätze bzw. Golfplätze, die kosten dann aber so viel wie ein Mittelklassewagen und sind deutlich größer. So ein Teil wollte ich mir nicht anschaffen. Deswegen habe ich gedacht, ich hole mir jetzt so eine Anführungsstriche kleine Maschine. Ja, prinzipiell, wie gesagt, kann man so ein Gerät ausleihen. Ich habe mir es jetzt gekauft aus diversen Gründen und ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut funktioniert. Und ich bin bisher, ich habe es nur mal kurz getestet. Ich zeige sie euch und ich muss echt sagen, ich bin bisher richtig angetan und eigentlich schon begeistert. Ich hätte gesagt, wir schauen uns mal den Camon LA25 genauer an. Zum einen mal Benziner, klar mit Akku. Das Ding braucht natürlich ordentlich Power, Benzinmotor von Honda, also richtig schön hochwertig mit 4,8 PS, super verarbeitet, alles gut, springt natürlich sofort an. Klar, neues Gerät, da brauchen wir gar nicht groß drauf eingehen, ist wirklich soweit in Ordnung. Ich finde auch sehr leise. Also der Motor ist wirklich sehr leise, wie gesagt, springt auch sofort an. Die Räder generell, die sind sehr gut kugelgelagert. Ich hebe es mal an das Gerät. Man sieht es auch, die sind sehr gut kugelgelagert. Er lässt sich sehr gut vor und zurückschieben. Das ist auch super. Das sind keine, also es sind Luftreifen. Die sind aber ausgefüllt mit Schaum, also ausgeschäumte. Somit sind sie pannsicher. Ist soweit auch in Ordnung. Ich finde es aber ein bisschen zu hart, aber sonst alles gut. Ja, hier oben habt ihr dann den Bedienhebel. Hier schaltet man das Gerät ein, auch mega hochwertig verarbeitet. Da gibt es wirklich gar nichts dran auszusetzen. Das ist übrigens ein englischer Hersteller. Come on, also das Teil kommt direkt aus Großbritannien. Und auch hier, wie es verarbeitet ist, die Schweißnähte. Wirklich alles sehr gut. Das ist der Bedienhebel zum Gas geben, ob mehr oder weniger Gas und wie schnell sie sich rein drehen sollen, rein arbeiten sollen, die Spoons. Ja, ihr seht hier sind im Prinzip die Spoons dran. Die kann man hier auf aufschrauben, wegschrauben. Das ist alles sehr simpel und einfach gemacht. Und die dringen sehr gut in den Boden ein. Ich habe hier oben meine Klappe. Die mache ich dann runter, meinen Hebel runter und beim Arbeiten sind die im Prinzip, ich schiebe es nochmal zurück, dass man sieht, so ist das Gerät dann im Arbeitsmodus und dann stechen die Spoons abwechselnd schön in den Boden rein. Ja, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier mal die Abdeckung gelöst. Die mache ich jetzt kurz weg. So und da sieht man mal die Kurbelwelle. Das ist ein Prinzip, ganz einfach, simpel. Ich habe hier meinen Motor, hier ist ein Zahnrad. Hier geht es auf ein anderes Zahnrad per Kette. Also es ist ein Kettenantrieb. Und hier ist dann meine Kurbelwelle und diese arbeitet dann dementsprechend nach oben und nach unten. Das Gerät hat vier Spoons dran und hat eine Arbeitsbreite, ich meine von 40 Zentimeter. Das Gewicht generell ist schon ordentlich. Das Gerät hat 103 Kilo. Das merkt man schon. Und vor allem, wenn es jetzt auch länger im Rasen steht, sieht man natürlich auch, dass ordentlich was reingedrückt wird, dass ein ordentlicher Bodenkontakt da ist. Also man sieht es auch später beim Fahren, er macht schon etwas Spuren rein. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehr hochwertig verarbeitet und natürlich auch sehr platzsparend zum Aufbewahren. Ich habe hier Griffe, die ich umklappen kann bzw. einklappen kann. Das geht auch richtig schnell. Einfach raus und umklappen, fertig. Und dadurch finde ich, ist das Gerät gar nicht so groß, nimmt gar nicht so viel Platz weg und eigentlich ideal für meine Gartenhütte. Ich hätte gesagt, ich schmeiße ihn mal an und ihr seht, wie es funktioniert. Funktionsprinzip ist sehr einfach. Motoren machen, erst mal einen Joke rein, klar. Joke rein, anziehen. Erst mal Zündungen. Und ihr hört, er ist echt leise. Ich bin echt verwundert bzw. ich finde ihn echt mega leise für einen Benziner. Wirklich gut. Hier habt ihr dann den Gashebel. Und hier seht ihr schon, wie die Maschine arbeitet. Je mehr Gas ich gebe, desto schneller arbeitet das Ganze. Und in dem Moment, wenn dieser Hebel jetzt nach unten kommt, senken die sich exakt senkrecht in den Boden. Die Maschine hat keinen Vortrieb, also keinen Antrieb. Das macht sie völlig automatisch, weil die Spoons durch die Kurbelwelle immer minimal nach vorne gehen. Also sie stechen wirklich exakt 90 Grad ein und arbeiten sich dann leicht nach vorne. Und das ist auch sehr gut, weil wenn sie sich leicht nach vorne arbeiten, dann wird der Boden regelrecht aufgebrochen, sage ich jetzt mal. Vor allem bei Vollspoons ist es richtig gut. Da wird es leicht angehoben, das Ganze. Und dadurch wird natürlich deutlich besser belüftet. Hört sich jetzt wilder an, ist aber nicht so. Man sieht es minimal am Boden und ist aber auf jeden Fall sehr wirkungsvoll. Ja, wie gesagt, machen wir noch mal an und dann arbeiten wir mal los. So schnell hat man eine Bahn erifiziert mit Vollspoons und wenn man das jetzt anschaut, ich denke wir müssen gegen das Licht, man sieht eigentlich so gut wie gar nichts in der Grasnarbe, immer wieder, ihr habt es vielleicht auch gesehen, die sticht schon ordentlich hier rein und lupft das Ganze etwas an. Finde ich echt super und die Maschine, wenn man jetzt mit dem Finger reingeht, nur 10 Millimeter. Die sind wirklich 7 Zentimeter laut Hersteller dringt sie ein und das kann ich eigentlich auch so bestätigen, so 6, vielleicht 6, 6 Zentimeter dringt sie ein. Finde ich soweit echt in Ordnung, das passt und wie gesagt lockert es schön den Boden auf und dadurch kommt sehr gut Luft ran, Wurzeln können atmen, CO2 geht raus, Sauerstoff geht rein und der Kreislauf nimmt seinen Gang. Ihr habt es gesehen, Vollspoon, total easy, total einfach, kaum Beschädigungen im Rasen und jetzt zeige ich euch die Holzboon. Vom Wegmachen her, einen habe ich schon gelöst. Kurz mit einem 17er, 17er Schlüssel kurz ran und dann das Ganze kurz auflockern, aufmachen und dann geht es rucki zucki. Circa drei Minuten, vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt. Man kommt eigentlich auch sehr gut hin und sagen das passt soweit. Und wichtig hier, da sind Unterlagsscheiben dabei. Ich weiß nicht wie die heißen, vielleicht haben die auch, heute hat er alles einen speziellen Namen. Die sind so leicht wellenförmig. Ich gehe jetzt davon aus, ich weiß jetzt nicht, ob es korrekt ist, was korrekt ist, was ich sage. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass die Unterlagsscheiben dazu da sind, um etwas die Spannung bzw. die Vibration und die Schläge auf die Kurbelwelle zu mindern, glaube ich. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr glaubt, warum die da sind. Die waren auf jeden Fall dabei. Dadurch ziehen sie sich natürlich auch sehr gut fest. Das ist auch ein sehr großer Vorteil. Die lockern sich nicht, weil die dementsprechend dann etwas spannen. Da bin ich mal gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt. Vielleicht ist ja einer dabei, der sich da etwas besser auskennt. So, die werden auch jetzt alle festgezogen. Ihr seht, die schauen jetzt aktuell alle in verschiedene Richtungen. Und die kann man mit dem Schraubenschlüssel dann auch ganz schnell voll festdrehen und wenn man sie festdreht, dann schauen sie schön nach hinten, weil da auch der Auswurf sein soll. Da soll er nach hinten sein und nicht irgendwo seitlich. Das war uns beim nächsten Mal. Nachau. Wenn es euch jetzt auf die Ruhe des Vorschläges gibt, dann geht es euch. Wenn es euch jetzt auf eine Ruhe des Vorschläges gibt, Wenn es euch jetzt hier eigentlich was, Und wenn es euch jetzt in der Ruhe des Vorschläges gibt, wenn es euch jetzt auf die Ruhe des Vorschläges gibt. Das kann man es euch verraten. Ihr habt es gesehen, die fallen regelrecht raus. Die Höhe ist sehr unterschiedlich. Man hat mal welche dabei, die sind nur zwei Zentimeter. Man hat aber auch mal welche dabei, die sind dann deutlich höher. So wie die sagen, der hat jetzt auch ein bisschen weniger. Es kommt auch ganz stark darauf an, wie stark der Boden vorher gewässert ist. In meinem Fall, der ist jetzt ziemlich trocken, da meine Bewässerungsanlage aktuell nicht so richtig funktioniert, kommt aber auch noch ein Video. Und deswegen kommt gerade relativ, kommen relativ kurze Kors raus. Ja, und die werden dann wieder mit Sand befüllt. Das mache ich bald, bringen wir auch ein Video. Und ihr habt gesehen, wie einfach und schnell das geht. Das sind jetzt ungefähr ca. 100 Löcher pro Quadratmeter. Ihr habt es gesehen, es ist sehr einfach und vor allem auch sehr schnell, entweder mit Voll- oder sogar mit Holzbunst zu arbeiten. Und wie gesagt, die Länge der Kors ist stark abhängig vom Boden und natürlich auch vom Wurzelwachstum. Ja, warum habe ich mich für den Camon LA25 entschieden? Ich habe echt lange überlegt. Zur Auswahl war ein Billy Goat, ein Kalinke Easy Core und der Camon LA25. Hat mich letztendlich für diesen, für diesen hier entschieden, weil er mich einfach vom Grundprinzip sehr überzeugt hat. Man kann den Griff einklappen, einen starken Honda Motor. Das fand ich auch richtig gut und muss auch ganz klar sagen, von der Bauart, von den Spoons, von den Whole Spoons hat mich alles überzeugt. Das Einzige, was ich jetzt noch mache und das gibt es auch im Zubehör direkt aus England gibt es sogenannte Wurzelmesser. Die sind dann auch sehr gut. Die funktionieren ähnlich wie Vollsboots. Sollen natürlich dann auch das Wurzelwachstum anregen, weil die die Wurzeln durchtrennen. Jedoch relativ schwierig zu besorgen. Deswegen lasse ich mir welche machen von der Firma Rasenspecht. Ich habe schon mit Christian telefoniert. Er hat gemeint, er fertigt mir da welche an. Finde ich auch gut. Vielen Dank, Christian. Und prinzipiell, wenn ihr auch so ein Gerät haben möchtet, wenn die Fragen kommen sollte, wo ich sie, wo ich das Gerät gekauft habe. Das habe ich bei der Firma Bauma Maschinen gekauft. Der ist Generalimporteur von der Firma Camon. Die Firma Camon hat dann auch Profi Vertikutierer und die haben auch noch Grabenfräsen, die haben alles Mögliche. Also falls ihr irgendwas brauchen solltet, wir verlinken euch alles unten in der Videobeschreibung. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde es öfters anwenden, öfters einsetzen und ich freue mich zum Preis. Genau war auch ein Mitgrund, warum ich den Camon genommen habe. Der ist etwas günstiger als der Kalinke und der Billigote. Der kostet jetzt offiziell brutto sind wir bei 3500 Euro und inklusive Lieferung. Also würde ich sagen, das ist soweit in Ordnung. Zumindest ich fand es in Ordnung. Der Billigote ist circa 1500 Euro teurer. Der Kalinke auch noch mal ein paar hundert Euro teurer. Deswegen Preis-Leistung. Ich bin bisher, ich habe noch nicht viel gearbeitet, nur mal getestet. Bisher wirklich sehr zufrieden. Aber prinzipiell das Funktionsprinzip funktioniert. Das heißt, wenn ihr euch so ein Gerät ausleihen wollt, kann ich es euch echt nur empfehlen. Es geht deutlich schneller als von Hand, mit weniger Kraft. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich komme nicht überall hin. Spielturmbereich oder enge Gassen. Und weiterer Nachteil. Ich komme nicht so weit in den Boden rein als mit Rasenspecht zum Beispiel. Deswegen ist es soweit, muss jeder für sich selber wissen. Hol ich mir sowas oder tue ich mir einen Rasenspecht her? Ich würde euch prinzipiell auch einen Rasenspecht empfehlen, weil es immer Bereiche gibt, wo man einfach von Hand erifizieren möchte. Oder wenn es einfach zu nass ist, kann ich mit so einer Maschine nicht arbeiten, weil die Reifen einfach zu viel den Boden kaputt machen, zu stark den Boden kaputt machen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ciao.